Ich muss noch ein bisschen was sammeln. Und alle einsam. Oh, das waren alle. Ey, auf mich zu schießen. Das bringt nicht so viel, wie ich gedacht habe. So. Ach, jetzt machen wir mal wieder Aufträge. Oblauf fest, alle Genki. Was ist denn schon wieder mit dem? Okay, das waren alle. Ich habe wieder ein paar Munition. Ein bisschen Munition hier. Ich habe es mir, wenn, dann ausgedacht. Den Startanzug sollte ich wirklich mal anziehen. Aber derweil noch nicht. Aber es bringt sich eigentlich nichts, außer dass man, naja, egal. Ey, man kann sich glaube ich noch selber verschießen, wenn man direkt auf den Wagen zuwendet oder sowas. Komm mal, in den hohen Bogen drüber. Ne, das kann ich... Ah, seht ihr, das geht zu weit. Sagen wir mal so. Es geht. Luzig. Blub. Ups. Warte, ich schieße mich schon mal zur Party. Passt doch. Love has all Genki. Was geht hier ab? Wer macht denn hier Party ohne uns? Ah, Seamus und Pierce. Was geht hier ab? Light is but a living and shit. You know what I'm saying? Übertrieben. Na gut, wir chillen auch ein bisschen. What's up, girl? Nice. Ich würde sagen, die ist böse. Wahnsinn. Die sind wohl böse. Nuttenalarm! Das war klar. Natürlich, Pierce verpisst sich wieder. Die waren ein bisschen verwirrt, ja. Hey, raus aus unserem Gebäude. Pierce, was machst du denn? Der haut ab. Ich überlebe den ersten Angriff, so wie sich das anhört. Ypsilon, ich will dich anwerben. Oh Gott, daneben nicht. Boah, man sieht gar nichts durch die Funken. Du bist ja auch eine Note, oder? Nein, hier steht nur so blöd drum. Ups. Wie bist du denn jetzt gestorben? Warum müssen wir Pierce beschützen? Kann er das nicht selber? Das ist echt schwer, den zu verstehen. Und ohne Untertitel. Ich kann jetzt grad nicht schauen auf Untertitel. Ich bin grad ein bisschen beschäftigt. So, Noten. Hier gibt's wieder was. Was soll ich jetzt machen? Na gut, ich überlasse das alles jetzt euch. Ihr wollt aber, was wollt ihr? Oh, Ficken. War so klar. Oh, nein, nein, nein. Jetzt vielleicht nicht da rumstehen. Wo ist das Scharfschützengewehr? Da. Ah, was war das denn? Tut mir leid, Jungs. So, einer ist weg. Noch mehr. Noch mehr Scharfschützen. Wahnsinn. Ah, nochmal Strom. Woher? Ja. Immer bei Bewegung bleiben. Da unten ist noch ein Sniper. Und da unten noch. Ja, ja, after me. Hi-O-Matic, das werde ich nie austauschen. Ich war so gespannt, was das kann. Wie gesagt, ich heb's mir noch auf. Nobody lives forever. Ah, wir müssen... Ah, wir müssen... Ah, ja, da war ja ein Weg nach unten. Hm. So dunkel ist es dann auch wieder nicht. Aber wo war der Weg hin? Nochmal nach unten. Hm. Ähm, ja. Ja. Ja, wo ist denn der Wartungsraum? Bist du lustig? Ah, da unten. Gott. Da unten wird's niemanden geben. Puh. 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 Damals ja. Doch nicht. Gott. Ich kenn mich in meinem eigenen Zuhause nicht aus. Hier. Kein Problem. Wir sind hier... Profis. Wer ruft an? Hi, wo kommst du her? A little busy, Oleg. You have to cancel the party. It's a trap. You don't say. So it's over? I should have known if your Helicopters wouldn't stop you. Helicopters? Oh shit. Nein. Das passt ja noch besser. Ah, ihr habt uns wieder was eingebrockt und ich finde sie wieder nicht raus. Toll, danke. Okay. Vielen Dank, Leute. Ich hab echt die besten Seins hier. Aber Hauptsache die Musik läuft hier. Ähm, ja. Das ist wieder etwas peinlich. Ich find hier nicht wieder raus. Für mich sind die Hubsauger hier unten eh kein Problem, aber für die anderen vielleicht. Ah, da. Kann ich hier rauf? Ah, das bringt mir viel, wenn der nicht fährt. Ah ja. Hätte mal auf die große Tür achten sollen. Wow. Scheint doch etwas ein Problem zu sein, Sir Hubsauger. Oh, klasse. Ey, ey, ey. Bleib vielleicht stehen. Hey, mein Mollusken wäre von... nein. Okay. Alle feindlichen Hubsrauber, viele kommen denn nur noch. Ich bin überzeugt, dass der Molluskenwerfer auch damit fertig geworden wäre. Bleib stehen. Brav so. Noch mehr davon. Großartig. Hier kann ich nichts machen. Ich sehe ihn nicht. Warte. Er wird schon wieder anhalten. Perfekt. Das war's schon. Okay, das geht. Das geht. Oh Gott. Oh Gott. Fuck. But it's not too late. There's still time to grab Apollo's chariot and drive that fucker back across the sky. You feel me? Krank. Yes, Kilby. Ah. Ah. Apologies accepted. Hey, I'll come to a VIP Faster Murder Brawl. That'll cheer you up. Wahnsinn, der ist ja krank. Oh man. Uh. Also mit dem ist nicht zu spaß, wie man sieht. Cool. Hubschrauber. Aber zu was für einem Preis. Eine von den Zwillingen ist tot. Ha. Tot. Sie waren noch, sie waren noch so jung. Naja. Ja. Um Lustwerfen. Nonono. Sorry, sorry. Voll niedlich. Voll niedlich. Ah. Damit haben wir nicht so viel. Ah, jo. Kein Problem aber. Ich hoffe, es kommt bald wieder so ein Riesenkerl. Ich will mal wieder jemanden richtig rapen. Nein. Nein, so war das nicht gemeint. Besonders nicht so ein fetter Kerl. Besonders kein... Besonders nicht überhaupt ein Kerl. Besonders nicht rapen. Was rede ich schon wieder? Bin so verrückt. Verrückt. Kleine Kinderchen, rapen ist nicht nett. Mach das niemals. Sondern das ist keine fetten Kerle. Weil das wäre homosexuell. Ja. Okay. Was gibt's hier noch? Professor Genki. Na gut, aber... Ist jetzt auch egal. Gut. Wow. Ich bin euer Reacher77 und das war's mal wieder für ein Part von Let's Play Saints World 3rd. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.